Moment, das heißt, ich kriege, also Moment. Also beim nächsten Familientreffen kostet jetzt 69,99. Da kann ich nichts tun, das hat Samu gesagt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich befinde für die Preise, bin ich nicht zuständig. Wer ist Kastenwart? Der Soundeffekt hat so perfekt zu der Frage gepasst. Das war wunderschön. Das war wunderschön. Wer berätst du? Danke für die 50, bitte. Dankeschön. Nur noch Memes vom Krasel? Ja, wir haben hier Yoshi. Da ist Yoshi für zuständig. Ernsthaft? Soll ich das jetzt ernsthaft machen? Jetzt bin ich auf einmal in Mario Maker 1 gelandet oder was? Ich brauche auch alle davon, ne? Was ist das denn für ein Kack? Wie kommt sowas denn in der Top-Liste? Sorry. Nö, nö, nö. Ich werde es jetzt mal nicht boonen. Das Level ist ansonsten ja vielleicht toll, aber da habe ich keine Lust drauf. Sorry. Bob O. Bob O. Bob Circus. 0,9% Abschlussrate in einem 3D-World-Level. Vielleicht ist das jetzt nicht die allerbeste Idee. Die ersten Kratz-Memes waren definitiv von Falke, ja. In der Tat. Da hat... Die sind aber so komisch, dass ich sie nicht mal mehr auf Instagram posten würde. Also einige davon hatten was mit, äh, ich sag mal, Erwachsenen-Unterhaltung zu tun, zum Beispiel. Also, hm. Das ändert natürlich nichts daran, dass die absolut großartig waren, aber... Ja, ja, die waren toll. Mario Maker 1 ist das Prequel von Mario Maker 2, haben wir letztens festgestellt. Also, da kann man viel von dem Lore lernen, was wir jetzt für selbstverständlich halten. Nope. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht spielen werde. Nee, 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 sorry. Äh, choose your adventure. Okay, läuft. Ja, oh, P-P-Penis natürlich auch. Warte, natürlich extra. Falke ist die Geistesau der Welt, verdammte Scheiße. P-P-P-Penis. Fertig. Äh, was soll ich denn haben? Stachelhut. Was nehmen wir denn jetzt? Links oder rechts? Rauchen? Ich glaube, ich habe auch abstimmt. Links oder rechts? Grünes Yoshi wegen Yoshis Birthday. Ist ein gutes Argument. Die meisten sagen geliegend. Okay. Mal gucken. Vielleicht können wir, wenn das jetzt nicht so lang ist, können wir vielleicht auch beide spielen. Hm? Hm? Cool. Ah, Moment. Das heißt, der Raum wäre natürlich jetzt auch komplett anders, wenn ich den anderen... Oh. Oh, cool. Das ist ja fesch. Ach, nee, Moment, muss ich die Typen umbringen? Muss die Typen umbringen, ja, und die haben Schlüssel? Ich hoffe, ich brauche nur einen. Gesundheit. Ist ganz schön frisch geworden, ne? Meine Fresse. Verstanden? Am Wochenende haben wir dann mal eben hier... Hier sind am Sonntag mal eben wieder 27 Grad, Alter. Das muss man sich mal vorstellen. Ich versuche mir die ganze Zeit nebenbei im Kopf auszumalen, wie das jetzt mit dem anderen... Wir werden das andere gleich auch spielen, scheiß drauf. Das ist ja bis hierhin jetzt nicht so schwer, dass man damit groß wahrscheinlich Probleme hätte. Dafür ist es auch zu kreativ, um es auszulassen, glaube ich. Okay, cool. Äh, so. Fertig. Krasser Scheiß. Ich glaube, Übung macht den Meister dann, Juma. Und ganz wichtig ist, Inspiration oder sowas mitzunehmen. Irgendwie, weißt du, auch zu sehen und zu merken, was jetzt die Sachen sind, die dir daran so gefallen. Und das dann selbst genauso zu machen. Das kriegst du schon hin. Es ist das beste Spiel der Welt. Das ist korrekt. Nörsen, danke für die 50, bitte. Ich weiß ja nicht, wie viel du zum Beispiel damals Mario Maker 1 gespielt hast oder ob du überhaupt Mario Maker 1 gespielt hast. Es kann natürlich immer sein, dass wenn du jetzt so ein Level hier siehst, das ist von Leuten, die seit... Das weiß ich, die, die, die... Weiß der Geier, wie viele hundert Level Mario Maker schon gebaut haben. An sowas, aus sowas zu lernen, dann wird er schon, klar. Aber es braucht halt Zeit. Jedes Level braucht Zeit. Danke euch. Alles Gute, Yoshi und Ray. Ray hat auch gewusst, da hin. Und das Level wegen dem 1, wegen dem 1, genau. So. Aber ich meine, es kommt halt vor. Es gehört zum Lernen dazu. Oder nicht? Es ist noch kein Mario Maker Stern vom Himmel gefallen. Mach dir nochmal keine Sorgen drauf. Ich glaube, wenn du weiter übst und weiter Level baust, dann wird das mit Sicherheit irgendwann. Ich habe meinen Hut verloren. Brauche ich meinen Hut noch? Aua. Das Ende war jetzt aber schon ein bisschen komisch, oder? Bei Mario Maker 1 hast du so viele Level eingesetzt. Ich habe euch... Sorry. Also, ich habe dreieinhalb Jahre oder so dieses Spiel gespielt. Also, sorry. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Danke euch für die GGs. Danke euch. Ray hat also auch. Was ist, wenn wir heute einfach alle Geburtstage haben? Ja! Happy Birthday to us. Happy Birthday to us. Easy. Danke für die... Äh, 10-Bit-Ges. Dankeschön. Gibt gleich einen Einlauf. Was, bitte? Oha, dann bin ich ja... Ja, ja, aber nein, nein, nein. Wir haben heute alle Geburtstage ohne älter zu werden. Wir machen heute Dreh 17. Das wäre auch scheiße, wenn ich jetzt nur von elf Tagen irgendwie, äh, plötzlich 35 bin. Ne, das machen wir nicht. Abgelehnt. Fuck. Alles Gute zum Nicht-Geburtstag. Wo kommt das her? Frau hat das gerade auch gesungen. Dann würde ich schätzen, warte, nichts nicht sagen. Dann kommt es wahrscheinlich aus irgendeinem Disney-Film. Ich würde vermuten, irgendwie sowas wie Frozen oder Tangled oder sowas. War das falsch? Was denn? Ja, was denn? Alice im Wunderland. Ja, was weiß ich denn? Ach, die Tee-Party ist nicht gebürzt. Okay. Ja, ist lange her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Das letzte Mal Alice im Wunderland war dieser komische Johnny-Depp-Film. Was? Dann kenne ich nur Alice in Chains. Das hat nicht mal mir sonderlich gut zugegeben. Na, das macht ja gar nichts. Yoshi, er zieht Samu. Sickburn, Alter. Sickburn. Samu? Jetzt weiß ich, wer die Buchsen anein hat. Panda? Hey, grüß dich. Wie geht's dir? Shit. Ich hab Tangled gesehen? Nein. Nein. Was ist das denn? Herrlich. Ein Traum. Ein Traum in Herrlich. Vor allem als Sachmeier, genau. Als Bayer. Mit schönem Rupport-Akzent. Alice im Ständerland? Das ist aber privat jetzt. Damit haben wir nichts zu tun. Gibt's den Film? Der Name wirkt auf mich jetzt gerade irgendwie plausibel. Jedes Mal mach doch immer denselben Fehler. Mach ihn doch noch 200 Mal. Jetzt brauchen wir ein Statement von Ray. Jetzt brauchen wir ein Statement von Ray. Am Sonntag... Frauken hat sich mittlerweile selbst zum Usus gemacht. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber Frauken hat sich jetzt für sich zum Usus gemacht. Das ist sonntags, wenn überhaupt nichts passiert gerade. Macht den Fernseher an und macht den Fernsehgarten an. Und dann stellte ich auf einmal fest, dass im Fernsehgarten einfach Scooter war. Fucking... Also der Hyper-Hyper-Typ. Wieso denn er? Was hat der denn da zu suchen? Ray Statement. Wie geht's gut, Panda? Dankeschön. Wie geht's dir? Erzähl. Wie war der Tag? Der Typ ist selbst irgendwie 60 oder so. Ich fand, der hatte eine gewisse Ähnlichkeit zu Gaga-Mehl. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich kurz vorher noch Schlümpfe geguckt. Ja, er ist tatsächlich mittlerweile so alt wie die Zuschauer. Warum nicht Scooter? Weil es normalerweise Schlagerkram ist, der da gespielt wird und nicht Hyper-Hyper, Fabrizio. Was ist das denn? Ich gehe auch nicht auf ein Metal-Concept und höre mir dann auf einmal Dubstep an. Da würde ich auch sagen, ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Sound. Weiß ich, ihr wart dann irgendwie... Was weiß ich, ey. Wiki Leandros oder so einen Scheiß. Aber doch nicht Scooter. Da kann ich aber... Morgens. Ich bin doch gar nicht richtig wach. Da kommt der an mit how much is the fish here. Was weiß ich denn. Ich wollte gerade erst pinkeln. War mal halblang. Hat sich geändert. Wir wollten ja mal nicht so sein. Ja, man muss ja auch mit der Zeit gehen. Dann holt man sich natürlich Scooter ins Haus. Warum auch nicht? Nicht doch. Och Gottchen. Rammstein im Fernsehgarten will ich auch nehmen. Normaler Tag im Panda-Land, das klingt gut. Mein Tag im Panda-Land, stell ich mir persönlich ziemlich cool vor. Hitbox, mein Arsch. Hitbox, mein Arsch. Das würden wir nicht geben für ein kurzes Dings-E-Mode. Fuck. Scheiße. Ach so, was uns noch eingefallen ist. Wir haben gesehen, dass die Dinger, die verlosen, die verschenken die da im Fernsehgarten. Hast du da mitgemacht, Ray, oder hast du das am Stand gekauft? Weil die haben irgendwie so ein komisches Quiz gemacht oder sowas. Und da haben die, wenn die eine Frage richtig beantwortet haben, das Ding in die Hand gedrückt bekommen. Heißt du schon telefoniert? Äh. Rock muss nämlich gleich telefonieren. Fuck. Okay, ich muss weiter links auf die Plattform springen, okay. Aus dem ZDF-Show. Nehmen wir trotzdem. Sehr cool. Markus, hi. Man macht die Kunst im Hause der Levelbauer. Ach fuck, ich glaube, irgendjemand, ich glaube, das war Markus, oder? Hat ein Level eingesandt in die Levelschmiede. Das habe ich noch gar nicht runtergeladen. Erinnert mich an sowas, wenn ich es vergessen. Es wurde ein Emote von Spongebob mit Rissen in der Hose gebannt, weil er angeblich zu sexuell war. Ja gut, Twitch ist manchmal ein bisschen wählerisch. Aber es liegt halt auch daran, dass die Emotes von verschiedenen Leuten kontrolliert werden. Von verschiedenen Leuten kontrolliert werden und jeder da natürlich eine andere Meinung hat. Leicht erkältet. Oh, gute Besserung. Da gibt es doch bestimmt was von Ratiofarm. Ratiofarm vielleicht auch. Ich empfehle Vic MediNight. Bei dem Facebook-Pause hast du dich dezent gefreut und was überrascht? Welchen Facebook-Pause meinst du? Ich bin verwirrt. Die Stream-Ankündigung? Ach so, Zoe und Zoe. Boah, letztens war ein Drama. Ich wusste, die stehen beide neben der Alex B hier, neben der Stream Alex B. Und wenn ich nicht streame, mache ich die aus. Das habe ich letztens mal vergessen. Und dann musste ich hier irgendwie rübergreifen über den Mikrofonarm. Und dann ist einfach, Zoe ist in den Abgrund neben dem Schreibtisch gefallen. Das war schrecklich. Also ich wollte Fabrizio fast anrufen. Unsere Tochter ist in Gefahr. Hilfe, schick Rettungseinsätze. Fuck. Aber sie stehen wieder hier. Ah, sorry, es war auch nicht so. Es war nicht so, es war Zoe. Die hat aber auch den härteren Helm auf dem Kopf, also ist das okay. Wie? Ich muss vielleicht noch ein bisschen auf der Plattform warten, unter dem Muncher? Vielleicht hilft das? Also hier. Ja, das war's. Michael, wunderschönen. Danke für die 50 Bittis. Wie geht's dir? Hi, erzähl. Was macht die Kunst? Wie war der Tag? Trotzdem besser als YouTube? Das stimmt. Was ist nicht besser als YouTube? Maxi ist deutlich besser als YouTube. Ausrufezeichen. Danke dir. Zum 17. Monat hintereinander. Die Subscription auf Tier 3. Heilige Scheiße. Danke dir. Das ist verdammt viel Geld. Äh, haben Dank. Für die teite Unterstützung. Ich würde dir jetzt Hüppe geben, aber leider haben wir im Moment keine Hüppe, weil die E-Mods noch nicht freigeschaltet sind. Du bekommst wahrscheinlich bald auch einen neuen Hashtag Spoiler für den Tier 2 Slot. Dafür kriegst du aber ganz viel Liebe. Dankeschön. Hashtag Hüppe. Willkommen zurück in der Familie und viel Spaß mit den im Moment etwas eingeschränkten E-Mods, aber Twitch wird's bestimmt bald happen lassen. Danke dir. Fuck. Oh, wow. Okay. Ich traf nicht. Hat Frau mich schon mal mit meinem Sense beworfen? Nein. Nein. Die Streben auf meiner Stirn sind leider altersbedingt. Sorry. Die sind altersbedingt. Frauke fragt noch. Was? Was? Du willst mich nur erniedrigen. Shit. Weil Frauke ist ein halbes Jahr jünger als ich. Also da geht schon einiges. Sense oder Sand? Genau. Ja, beides. Und Sand. Im Auge. Ja, und natürlich auch einen schönen guten Namen, Max. Ich werde das vergessen. Du willst auch einen sein? Ein Stoffteam? Ich habe einen Torregelstoff hier. Das muss erst mal reichen. Moment. Die wacht über uns auf der Couch. Okay. Was bitte? Und sonst wäre auch cool. Das stimmt, ja. Hallöchen, liebe Runden. Nebenwann natürlich auch. Hi. Funktioniert das Headset? Wie, jetzt nicht mehr. Der Akku ist leer. Musst du aufladen. Manchmal denke ich mir, ich bin auch der klügste Mensch auf diesem Planeten. Der Akku ist leer. Ja, dann musst du den aufladen. Wissen Rosen aus Athen. Und Sorgen in der Nacht. Mit sieben Fässern Wein. Die können uns nicht gefährlich sein. Und natürlich. Warta Illich. Ich habe noch Sand in den Schuhen aus Hawaii. Na, immer noch alles besser als. Atemlos. Durch die Nacht. Hyper, hyper. Was kostet der fucking Fisch? Hab ich was vergessen? Ach ja. Karel Gott. Den alten Zwingerkönig. Ba. Big. Ka. Prost. Zapf. 100 Bonus 10. Ba. Big. Ka. Prost. Prost habe ich verstanden. Darauf easy. Danke für die 100 Bities. Cheers. Mein letzter Schluck Balmas. Haben wir noch Balmas? Oh. Stimmt. Dingens hat ja ungefähr. Da ist ein Hybrid-Chief drin. Dingens hat ja. Dingens hat uns ja versorgt. Ach ja. Übrigens. Dingens hat ja damals auch. Sollte er also nochmal in den Streams erscheinen. Werden wir das natürlich vorlesen. Ähm. Auch hat er eine Nachricht geschrieben in die. In den Karton. Den haben wir jetzt tatsächlich erst gefunden. Am Wochenende. Der war ganz unten irgendwo in den Winkeln des Kartons drin. Äh. Möchte ich links davon bleiben oder gehe ich rechts davon? Eher links, oder? Musik ist entspannt. Ich habe heute gehört. Mir ist das nie aufgefallen. Ich habe das heute auf Twitter gelesen. Äh. Da müssen wir mal drauf achten. Dass Super Mario Bros. 3 in drei Themes dieselbe Musik hat. Ist das? Äh. Moment. Kann das sein, dass es die ist, die immer so ein bisschen abgeändert ist? Was den, ähm. Was die Geschwindigkeit etc. pp. angeht? Das ist, das ist, das ist, da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber gerade wenn man sich mal überlegt, wie viel coole neue Musik Super Mario Bros. 1 bekommen hat. Das ist schon ein bisschen schade, oder? Punktabzug für Mario Maker. Nach all den ganzen Jahren. Shit. Bin aber verwirrt, wenn Frauken auf einmal da ist. Frauken ist nie da. Manchmal, manchmal ist Frauken da, da bin ich verwirrt. Eis.de ist ja nicht so ein, so ein Erotik-Handel. Ich empfinde den Namen als sehr, sehr komisch. Schau mal, du bist jetzt Vater oder Mutter. Fabrizio, Maike, erzähl doch mal. Und dann sagt das Kind, Mama, Papa, ich habe jetzt total Lust auf ein Eis. Ich weiß, euer Kind, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist nicht so gern Eis, aber, äh, hypothetisch. Mama, Papa, ich möchte jetzt ein Eis. Guck mal, ich gehe mal ins Internet, gucke mal, wie viel ein Eis kostet. Dann geht das Kind auf Eis.de und findet Dildos, Vibratoren und Strap-On-Schwänze. Also, ich finde das schon ein bisschen komisch. Vielleicht bin ich damit alleine. Aber, ich hätte da Angst vor. Aber ich will auch keinem Angst machen hier. Eis.de ist super. Ich habe keine gottverdammte Einung. Die Seite noch nie gesehen. Ich habe da mal einen Werbespot von gesehen, glaube ich. Was war das denn jetzt für ein Zeitlupentod hier, ey, hä? Deine Mutter. Wenigstens ein Zeitlupentod wäre. Da würde er wenigstens, ähm, äh, sagen, beziehungsweise auch da wurde hier schon mal korrigiert. Deshalb natürlich, Baba. Titel-Story. Und das war nicht mal mehr ein YouTube-Kommentar. Ah. Verrückt. YouTube-Kommentare ist mittlerweile lustig. Ich bekomme noch von genau einer Person jeden Tag einen YouTube-Kommentar. Baba und Mama. Baba is me. Viel Gutes drüber gehört übrigens über das Spiel. Zapw 100 Bonus 10. Wenn er im Internet ist, dann nur Videos schauen. Und ja, manche nutzen solche Dinge vielleicht zum Sport ausreden kann ich. Klatschende Hände. 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 Tut's ja schon. Sofern muss man ja schon sein. Fabrizio. Dank dir für die 100 Bitties plus Zapwit. Dankeschön. Hashtag Hüppe. Fuck. Von wem? Tja. Das wäre jetzt sogar relativ leicht zu recherchieren. Es gibt ja nur noch die eine Person, die kommentiert. Nein, nicht easy. Ja, es sind schon manchmal noch ein paar einzelne andere dazwischen. aber ich sag mal also 75, 70 Prozent sind bestimmt von dem. Was auch okay ist, ne? Nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen. Alles cool. Alles toll. Hashtag Hüppe. Ich bin davon aus, dass die allermeisten Ich glaube, die Leute, die die Videos gucken wollen, die den Stream verpasst haben, gucken sie mittlerweile wahrscheinlich sowieso auf Twitch nach. Bitte was? Warte, 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 warte. Ja, klar. Ja, klar. Selbstverschättenter Lada Matav ist vorbei. Ich bin frei in Mario Maker. Das klingt für mich eher nach fucking und natürlich auch nach und natürlich auch nach hier. No! Ich hab das, oh nö. Ich hab das Feuerwerk schon in meinem Anus gespült. Ich meinte, ja wie, was? Ich hab, äh, ich meinte damit den Yoshi's Highland. Yoshi's Highland war ein absolutes Drama. Aber Yoshi's Highland war nicht so schlimm, das ist das einzige, es gibt einen einzigen Abend, an dem ich vor lauter Wut Nasenbluten hatte. Fun Fact. Like, Comment und Subscribe für die Leute, die das noch wissen. Wahrscheinlich hat's keiner mitbekommen. Ja, ich weiß. Oh no. Oh no. Oh no. Yes! Endlich mal kein Choke, Alter. Meine Fresse, geht doch. Was du bei Highland nicht dabei hast? Ja, ich glaub, du hättest Spaß. Ich glaub, du hättest Spaß gehabt. Das war... Warum gibt's sowas, also ganz, warum gibt's sowas nicht in, äh, danke euch. Warum gibt's sowas nicht in, für Super Mario World 1? Das wär nicht ganz so chaotisch, aber das wär schon cool. Ich mein, gut, wir haben Crowd Control, aber dennoch. Das war übrigens in der Mario 64 Chaos Edition damals. da hatte ich tatsächlich Nasenblut. Was? Was ist denn für'n Scheiß? Nein, 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 nein. Frauke fragt, ob ich das noch mal spielen will. Nein. Immer noch nicht. Das ist nicht die, die, die Crowd Control Version für Mario 64 ist nicht die Chaos Edition. Das ist, äh, ein komplett neuer Randomizer. Da sind dann die Level gerandomized, ich glaub auch teilweise die Gegner. Da sind die, äh, Anzahl der Sterne gerandomized, die du brauchst, um Level zu betreten und solche Sachen. Also das ist nicht die Chaos, die werd ich mit Sicherheit nicht in Crowd Control spielen. Bei aller Liebe, nee, also. Nein, nein. Die Chaos Edition ist... Nee, das Level ist nichts für mich. Äh, nee, nee, die Chaos Edition gibt's ja als Crowd Control natürlich nicht, nee. Tita Totta Tower 2. Was ist denn ein Tita Totta Tower 2? Tita Totta Tower 2? Tita Totta Tower 2? Tita Totta Tower 2? Jetzt alles so. Tita Totta Tower 2? Tita Totta... Warte, warte. Tita Totta Tower 2? Tita Totta Tower 2? Tita Totta... Tita Totta... Tita Totta Tower 2? Tita Totta... Was bitte? Haben alle mitgemacht? Keiner hat mitgemacht. Toll. Fragen, das stimmt. Fragen haben mitgemacht. Ich dachte, ich muss die triggern offensichtlich. Zapfee 100 Bonus 10. Klatsch in die Hände. 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 Tita Totta Tower 2? Fabrizio, danke für die 100 Bittis. Und natürlich auch den Subway-Chemo. Dankeschön, sehr lieb von dir. Fuck! Ah, kacke. Und natürlich auch Catroll, dankeschön. Und Daniel natürlich auch. Und natürlich auch Ray. Für den zumindest sehr, sehr liebevollen Versuch. Dankeschön. Also muss ich davon jetzt aber welche wegmachen, ja? Okay. Die Chaos Edition war für mich stellenweise unspielbar. Also selbst wenn die von mir aus den Emulator nicht mehr zum Abstürzen bringt. Also dazu kriegst du mich mit 10 Pferden nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Das war... Das hat keinen Spaß gemacht. Das ist eine Sache. Das ist eine von diesen Dingen. Die kannst du mal irgendwie eine halbe Stunde spielen, aber mit Sicherheit keinen ganzen Abend. Also muss ich die alle umbringen. What? Nee, 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 nee. Nope. Nope, 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 nope. Flooded Fortress. Scooter? Stimmt, Moment. Ich habe den Muppet Show auch ein Scooter? Ich sehe nicht... Moment, da gab es einen... Wo gab es denn einen Scooter? Moment, ist Scooter der Typ aus... Hey, Arnold? Oder so? Boah, wir haben übrigens am Wochenende festgestellt. Das war total toll. Wir sind scheinbar... Wir können irgendwie... Ah, Duck. Ah, okay. Aber komm, ich war zumindest nah dran. Zumindest da. Titratummeer? Nee, leider. Nee, kein Titratummeer. Nö. Äh, wir haben festgestellt, dass wir scheinbar irgendein komisches Paket gebucht haben über unseren, äh, Fernseh-Telefonanbieter. Äh, dass der für... What? Dass der für sorgt, dass du... Äh, dass wir... Viele von den alten Serien gucken können. Das ist ziemlich cool. Wir können einfach... Wir können alte Nickelodeon-Serien gucken zum Beispiel. Rockos modernes Leben und der Arnold. Voll toll. Ich hab mich sehr drüber gefreut. Sehr, sehr cool und sehr, sehr edel und fantastisch und toll. Und bald gibt's... Kostenlos, muss ich dazu sagen. Äh, und bald gibt's dann auch noch Disney+. Das wird dann sehr, sehr, äh, orgasmisch. Frauen finden das immer sehr, sehr erotisch, wenn ich sage, äh, orgasmisch. Das ist immer schön. Also das, 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 äh, ist, das ist ziemlich... Okay. Stimmt, der grüne Typ. Ich erinnere mich. Und natürlich, äh, nicht zu vergessen, Roger fucking Klotz, Alter. Ha! 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 Ich glaube, Roger Klotz ist, glaube ich, wirklich der coolste Name, den bösen, wie ich jemals hatte. Roger fucking Klotz ist hier das beste Wort der Welt, davon mal ganz abgesehen. Äh. Bitte. Ne, scheinbar nicht. Es ist jetzt das zweite Mal, dass Fabriz für mich entsetzt, fragt, ob man Disney Plus bezahlen muss. Brauchen du ja offensichtlich nicht, also keine Sorge. Da bei so einem. Selbst schon. Mi, 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 Sachen kosten Geld. So funktioniert die Welt nun mal, ja. Hui, schönen guten Abend. Wie ist die Lage? Gute Besserung. Gute Preise. Gute Besserung. Was ist meine Aufgabe? Das nicht. Stimmt, wir brauchen Running Gags, in der Tat. Ich freue mich auf Disney Plus. Disney Plus wird, wenn Disney Plus auch nur halb das Potenzial aus, äh, abruft, das es meiner Meinung nach hat, dann wird es ziemlich cool. Auch wenn ich mich auch noch nicht so ganz, also zugegebenermaßen haben wir sogar schon, äh, in weiser Voraussicht ein Abo zuletzt gekündigt, dass wir kaum noch nutzen, also. Aber hey, für Disney macht man noch gerne, setzt man noch gerne mal ein paar Prioritäten, oder? Wo ist denn die Kacktür? Ach hier. Das stimmt nicht, da ist keine. Ich habe keine Tür gesehen, lass mich ruhen. Let my Krasel go. Kruzialismus. Oh, ich glaube, das wird, ne. Ich, 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 äh, ich ziehe mir viel Scheiße an und viele, viele dreckige Schuhe, aber ich möchte nicht dafür verantwortlich sein für sowas, ne. Ne, sorry, da muss, also die, 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 also die Verantwortung muss ich leider von mir weisen, Daniel, sorry. Das Leben als Streamer ist, äh, das, das bringt genug, äh, coole Sachen, aber natürlich auch genug Probleme mit sich, da muss ich jetzt nicht auch noch für sowas verantwortlich sein. Nein, nein, nein. Die Kacktür vom Scheiß aus, ja. Ich kannte mal jemanden, der hatte auf der, auf dem Klo vom, auf der Insel, also, wenn im Badezimmer gesessen hast, auf dem Pott saßt, da hatte mal, ich kannte mal jemanden, der hat da auf der Tür dann, also, so ein Aufkleber von einem Strand gehabt, also, die komplette Tür war ein Strand. Also, jedes Mal, wenn du, ich sag's jetzt mal einfach geradeaus, jedes Mal, wenn du kacken warst, da hast du gedacht, du sitzt dann in Karibik. Das war schon auch besonders, also, ich mein, ich würd's persönlich jetzt nicht so machen, aber. Das war da. Fand ich gut. Pläser besser als Glastür, das ist korrekt, ja. Brocken, erzähl doch mal, wie das ist. Ja, kacken mit Glastür. Die haben das Haus selbst gebaut, und dann bauen die das Badezimmer mit Glastür. Die können machen, was sie wollen. Du kannst das Haus monten nach deinem Gusto bauen, du kannst jede Idee, jeden Wunsch, den du hast, kannst du, kannst du bauen, wie du möchtest. Und dann bauen die eine Glastür ins Badezimmer. Und das Badezimmer, es gibt ja, manchmal gibt's ja so Badezimmer, die sind so am Ende vom Flur, da ist das ja egal, das ist ja am Ende vom Korridor irgendwo. Das riecht ja keiner mit. Danke euch. Das ist ja vollkommen egal. Aber, äh, dieses Badezimmer ist unmittelbar, unmittelbar gegenüber vom Wohnzimmer. Das heißt, sobald du aus dem Wohnzimmer gehst, siehst du die Leute da, äh, und dann ist, die Glastür ist dann noch gegenüber von einer, von einer Dusche ebenfalls mit Glastür. Also, ich, ich, ganz ehrlich, es gibt viele Geschmäcker, die ich akzeptieren kann, ne, aber, also, das war als Gast schon, oh, also, Frauke und ich waren ja, ich spreche, wir plaudern jetzt mal aus dem Nähkästchen, plaudern, Frauke und ich sind jetzt seit 13 oder was Jahren fast zusammen, ne, oder? Zwölf, 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 ja, irgendwie sowas um den Dreh, viel, lange. Zwölfeinhalb sind es jetzt scheinbar, ja, äh, seit zwölfeinhalb Jahren zusammen. In zwölfeinhalb Jahren war ich da genau ein einziges Mal kacken, weil wir, also, das war wirklich, ich konnte nicht anders, also, das, ne, m-m. Und nie duschen, auch wenn ich da früher relativ regelmäßig, äh, geschlafen hab. Das ist ein Scheiß. Ergo piep schon, wenn jemand mit dem Bad ist, genau, ja. Und dann gehst du, stell dir mal vor, du triffst so zum ersten Mal deine, äh, äh, du bist dann jetzt, weißt du, wir waren dann so ein halbes Jahr schon oder so zusammen, so, es kommt sogar hin, ne, halbes, dreiviertel Jahr waren wir zusammen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, äh, weil, keine Ahnung, Frauens Tante hat irgendwie Jan Weihnachten, Jan Silvester Geburtstag, äh, oder eine von den beiden. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, da steht dann halt eine große Feier an. Das wäre doch jetzt ein guter Moment, um dich mal der Familie vorzustellen. Und dann triffst du zum ersten Mal deine neuen, deine neuen, äh, Schwiegereltern. Und dann siehst du das. Ich hatte so Angst, ne. Das war, das ist bis heute traumatisch. Ohne Witz, das ist, das ist, ohne Scheiß. Das ist, jedem seinen Geschmack, jedem seinen Einrichtungsstil, aber Gottverdammte Scheiße. Glastüren im Badezimmer. Bitte nicht. Bitte nicht. Hm. Großes Klo-Trauma, in der Tat. Das ist, das war für mich weh, das ist ein Horror, ja. Ich, 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 schlimm. Fang nochmal von vorn an, wat? Ein Disney Plus Original, das noch keinen Starttermin hat, ist Ski-Hulk. Ach so, ach so, ich hab jetzt an Ski gedacht, wie Ski springen. Wieso Ski-Hulk? Trinken wir einen, Schluck Ski-Dre. Ja, für Glastüren sollte es definitiv Verbote geben, ja. Wahre Worte gelassen, ausgesprochen. Wir hatten nochmal, wir waren mal irgendwann im Urlaub, ähm, und hatten da eine Ferienwohnung für einen Abend. Das war, ich hab den Sprungknopf nicht gedrückt, das war reines Glück jetzt. Und in dieser Ferienwohnung war dann natürlich auch eine Toilette und die Toilette, das war, das, das war auch, das ging noch vergleichsweise, aber das war auch komisch. Die hatte so eine Schiebeholztür, die auch nicht richtig zugekriegt ist. Wir waren damals auch noch nicht so lange zusammen, so mittlerweile, keine Ahnung, also ich muss jetzt auch nicht unbedingt auf dem Pott sitzen, wenn Frau daneben steht, aber weiß ich nicht, also es ging es schon mal. Wenn es jetzt sein muss, dann geht's halt. Es ist schon okay. Damals, wenn du gerade frisch zusammen bist, das war schon, das war schon unheimlich. Ich hatte auch mal ein Hotel in Berlin. Da Frau und ich hatten dann unser Zimmer, da war das nicht so schlimm, aber wir waren, wir waren zu viert da und die anderen beiden waren im Prinzip ein ein Ex-Pärchen, das seit einiger Zeit getrennt war und wir hatten ein Doppelzimmer und die Duschen waren durchsichtig quasi mitten im Zimmer. Für uns war das relativ egal, aber für die beiden muss das fürchterlich gewesen sein. Dann wäre es so gerade getrennt, dann gehen wir erstmal voreinander duschen. Wunderschön. Das ist ja Ski-Hulk. Vom weiblichen Hulk hast du das schon mal gehört? Der einzige weiblichen Hulk, den ich kenne, war der Porno von China, aber da reden wir besser nicht drüber. Es sei denn, Falke ist da, dann schon. Danke euch. Geil, fand ich diese eine Idee, ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Werbegag war oder so. Ich habe mal irgendwann gesehen, irgendein Video mit einer Toilette, die nach außen hin verspiegelt war, aber nach innen transparent. Also so diese Spiegel, wo du nur von einer Seite aus durchgucken kannst halt. Die man dann, weiß ich nicht, aus dem Fernsehen kennt meistens. Von einem Polizeiverhör. Kniesi, denkt die für die 50, bitte ich. Und ich habe mir dann so überlegt, also wie gesagt, du weißt, dass die nicht reingucken können, während du auf dem Pott bist, aber du siehst die Leute halt draußen an dir vorbeigehen etc. Würde ich das machen? Das ist ja dann schon eine Grenzerfahrung, ne? Also, das fand ich irgendwie total interessant. Porno von China? Ja, also die Wrestlerin dann nur. Und nein. Wenn du die Dame nicht kennst, google nicht nach ihr, sonst wirst du heute Abend wahrscheinlich schlechter schlafen können. Und dafür möchte ich nun wirklich nicht verantwortlich sein. Ach, fuck. Lächeln und winken. Das passt ja jetzt auch zu der transparenten Toilette. Schon seltsam, oder? Aber das ist dann die Psyche halt. Du weißt genau, die sehen dich nicht, aber trotzdem. Moment, was? Das hatte ich ja nicht mehr im Kopf. Hä? Das stimmt, das passt überall zu. Ebenso wie der Smiley übrigens. Der Smiley ist das international anerkannte Symbol für ich möchte dich töten. Also nutzt es bitte sparsam. Ich empfinde eine tiefe Abweichung dir gegenüber. Was ist der denn für ein Sack? Weißt du, ich walte hier meines Amtes nichts Böses ahnend und dann bringen sie mich einfach instant um. Was soll das denn? Ja, woher soll ich wissen, dass es hier noch weitergeht? Ich meine, ich hätte gucken können, aber ist das meine Aufgabe? Natürlich nicht. Hallo? Boah, das gefällt mir nicht. Okay. Okay. Jetzt hier so, ne? Und dann schlüsselt du. Yes! Läuft! Danke, Joschi. Ein eigentlich recht erträglich. Achso, oder meinst du einfach nur den Smiley? Dann nicht. Pinguine aus Madagascar? Habe ich Madagascar? Haben wir den gesehen? Wir haben mal irgendeinen komischen Anime-Film mit Pinguinen gesehen, aber ich glaube, das war nicht Madagascar. Der mit den surfenden Typen, ne? Danke euch. Den haben wir zusammen geguckt, ja. Malicious Monster Marsh. Wenn das jetzt maliziöses Monster Marsh-Bellow wäre, wäre es ein Hero-Level. Also das wird dann automatisch umgepatcht. Surf's up. Möglich, möglich, ja. Die Pinguine von Madagascar haben eine eigene Spin-Off-Serie bekommen? Echt? Das hätten die mal machen sollen mit den Tauben aus... Äh, Tauben. Mit den Möwen aus... Hier, die Mainz-Mainz-Möwen. Das wäre eine ziemlich langweilige Serie gewesen, wenn die Möwen nichts anderes machen, als die ganze Zeit da rumzustehen und meins meins zu sagen, aber... Also immer ich jetzt geguckt. Oder die Dodos-Dieter-Melone hinterher, das stimmt. War ein Lustzieler? Nein. Nein. Dann sei eben gemein. Sollt ihr verdammt sein. Ist das nicht auch aus Ice Age? Das ist alles aus Ice Age, ne? Heilige Scheiße hat der Film viele Memes hervorgebracht, Alter. Wir haben letztens, äh... Ah ja, ich finde den Emo, stimmt. Wir haben, äh... Letztens... Ach ja! Ja, ja, klar, stimmt. Der Pokémon-Film. Wir haben ja hier Dingens letztens geguckt. Äh, hier... Meister-Detektiv-Pikacho haben wir ja erzählt am Montag. Und... Okay. Und da war eine so eine... Als die, ähm... Äh... Als sich bestimmte etwas größer gewordene... Ach, als diese komischen Riesen-Schildkröten sich in Bewegung gesetzt haben. Äh... Frauen und die saßen da beide und sagten nur im Prinzip parallel, das hält nämlich jetzt irgendwie an Ice Age. Das war wie die eine Szene, wo die Erde in Ice Age da auseinanderbricht und das lustige, äh... Eichhorn-Tier da. Der... Lust hinterher, ja. Watt! Scratch? Das ist ja gar nicht ein Name. Was denn? Oh, Kars würde ich auch gerne mal gucken. Ich muss die ganzen Marvel-Sachen auch noch weitergucken. Damit ich die ganzen Memes auch mal verstehe. Das war ziemlich spannend, als ich das erste Mal Game of Thrones angefangen habe zu gucken. Dann diese ganzen Memes zu verstehen, das war schon... Also das war sehr, sehr erhebend. Scratches, wo so ziemlich alles verantwortlich, was in Ice Age passiert. Das macht ihn zu einem, zu Recht zu einem tragenden Charakter. Der Einzige, der Bolt kennt, weil es ist halt irgendwas aus K... Es klingt wie irgendwas aus K für mich. Kars. Vengeful Vegetables. Äh, was immer du sagst, ja. Gerne. Die nächste Ars-Staffel? Ach, American Horror Story. Schreibt das doch groß, wenn da eine Abkürzung ist. Du Ars. Von welchen Geiern redest du jetzt? Wegen Ars-Geiern versteht du ja keine. Äh, das war schon ziemlich lustig. Guck mal, es regnet. Es ist so ein simpler Effekt, aber ich finde es großartig. Ist Kars toll, ne? Vielleicht gucken wir am Wochenende mal endlich... Zoomania. Mal gucken. Hoff. Ich hab Fragen versprochen, dass du dich am Wochenende filmst. Oh, kann ich mir gucken. Fuck. Viele von euch schwärmen von Zoomania. Allein deswegen freue ich mich schon drauf. Ich kenne nur... Ja, ja. Ich kenne nur die Trailer-Szene hier mit dem... mit dem Faultier oder was das da ist. Der Regen ist cool, ne? Übel. Cooles... Cooles Gimmick. Cooler Effekt. Überhaupt ein sehr, sehr hübsches Level. Vor wem ist es? Mathildea. Soll man Mathildea folgen als Favorit? Ja, ne? Cooles Level. Ist sogar cool zu Speedrun. Boah, das... Oh, der Glassound-Effekt gerade. Zoomania ist genial. Ich hoffe, dass es am Wochenende dazu kommt. Ich vertraue euch da. So viel wie ihr von dem Film schwärmen wird das schon gut sein. Ich würde sagen, ganz ehrlich, bei all den ganzen Sachen, über die wir uns hier schon unterhalten haben, ich würde sagen, dass Zoomania... Ach, weil die Blöcke jetzt weg sind. Ich wollte jetzt... Wie sind die Blumen jetzt? Cool ist das denn? Dass Zoomania vielleicht der Film ist, von dem ihr am meisten schwärmt. Oder von dem die meisten von euch schwärmen. Fuck, da war eine Firefly-Flauer. Am Ende sogar geweint. Mit Pets kann ich nicht mal... Pets kann ich nicht mal mehr zuordnen, ehrlich gesagt. So was... Was die Charaktere angeht. Zu den meisten Sachen habe ich zumindest ein paar Bilder im Kopf. Irgendwie zu Cars, das rote Auto da beispielsweise. Zoomania, die lustige kleine Karnickel-Dame. Kann die wohl auch rammeln wie die Karnickel? Ich stelle die wichtigen Fragen. Ich weiß, danke. Und so weiter und so fort. Zu Pets habe ich gerade gar nichts im Kopf. Tragischerweise so... Fuck! Sogar eher zu Bee-Movie. Shit! Ach, Lab. Ja, aber wenn Zoomania so traurig ist, dann will ich den ja bestimmt nicht gucken. Ich will ja nicht weinen. Pets ist geil. Ist das auch ein Pixar-Film? Ach, du hast den schon geguckt. Ach, Frauen kennt Pets. Ich nicht. Interessant. Frauen schwemmt auch davon. Dann müssen wir ihn vielleicht auch mal gucken. Ist das auch ein Disney-Film? Ist Pixar... Pixar ist doch Disney, oder nicht? Oder nicht? Ich dachte, die gehören zusammen. Also gehören zumindest mal zusammen, oder nicht? Gehören die nicht zusammen? Doch, Disney-Pixar. Shit. Ach, snipe die dumme Kuh mich. Nee. Ach, komm schon. Von den Machern von Einfach und Verbesserung. Ja, die Typen. Aber das ist dann kein Disney-Film, oder? Hasen im Superhelden-Outfit? Aber sind die so niedlich wie die Hasendame aus Sumania? Markus, das ist die Frage. Ah, ich bin mir sicher, wenn ich jetzt irgendein Promo-Poster von Pets mir angucken würde, würde ich es wahrscheinlich auch kennen. Ich habe es gerade nur stehreiflich im Kopf. Ich bin mir sicher, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Klar, sicher. Kommst du ja nicht dran vorbei. Nee, Plakaten, etc. pp. Komisch eigentlich, weil eigentlich sind ja... Also Haustiere sind ja schon eine feine Sache. Man würde denken... dass sich das in meinem Interesse widerspiegelt. Aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ich möchte ein Level jetzt aber schaffen hier. Bin fast schon wieder in das Ding. Ich vergesse die ganze Zeit, dass das hier drunter Säure oder was auch immer ist. Und kein Wasser. Möchte ich jetzt in die Röhre zucken? Glaube schon. Ah. Ah. Das muss jetzt aber enden. Machen nicht zu... Machen nicht zu lang. Cool. Cooles Level, oder? Nehme ich. Hat Spaß gemacht. Was ist denn die CCXP? Ist das eine Filmmesse, oder was? Sagt mir gar nichts. Danke euch, danke euch. Ich packe die Nacht im Streaming, die Favoriten. Ähm... Es ist immer noch so viel hier. Sollen wir... Boah, ich könnte das natürlich... Ähm... Na. Ne. Ah, eine Comic-Convention. Okay. Nie von gehört. Wobei, zugegebenermaßen, wie viele Conventions kenne ich überhaupt. Ähm... Wie wär's, wenn wir ein bisschen... Ich hab schon lange nicht mehr. Ich hab noch eine endlose Herausforderung. Keine Skips. Bei ULIS ist ausgerufen und bei DS5 geleitet. Echt? Macht mir gar nichts. Oh, toll. Wenn's bald endet, hab ich ne Chance. Toll. Danke euch. Guck. Da hat der Experte ja wieder zugeschlagen. Schreck 2 Theater. Was? Gibt ne Theateraufhörung von Schreck? Weiß nicht, aber es gibt... Ich werd jetzt nicht den Rest des Abends Speedruns spielen. Schischi. So ähnlich wie Hihi. Ist das nicht ne niedliche Lache, wenn man Hihi sagt? Hihi. Ich bin jetzt klein... Ich bin der cute Kratz. Hihi. Da oben ist bestimmt ein Def-Exit. Ach, ficken Sie sich doch. Da oben ist bestimmt ein Def-Exit. Das ist das, was ich calle. Ich werd's aber nicht herausfinden können, leider Gottes. Also hier, jetzt direkt zum Start. Da. Das ist da oben. Ich find das schon verdächtig. Oder nicht? Habe ich wieder zu wenig Vertrauen in die Level-Macher in Mario Maker? Wie weit war ich jetzt? Erfolg ja nicht auf dem Klo ohne Glastür. Gratulierst du noch. Aber mit Glastür würd's mich jetzt zugegebenermaßen mehr beeindrucken. Aber ich freu mich natürlich trotzdem für deinen Erfolg. Gehört ja auch zu meinen Aufgaben. Guck, das Level macht sogar mit. Uuuuh. Ich hab sogar nur ein Leben verloren. Trotz allem. Danke euch. Spucke-Effekte sind gut. Für mich ist das was ganz anderes. Aber einer von uns beiden ist ein bisschen braver als der andere, glaube ich. Danke euch. Level 7. Hin fort. Fireballs and Bowser's Wrath. Oh, hey, Raw. Oh, hey, Raw. Ich hab befürchtet, dass es 3D World ist. Vielleicht haben wir ja eine Chance. Okay. Möchte nicht wissen, was Bowser mit dem Level zu tun hat, oder? Oh, hey, wir sind gerüstet für den Kampf. Bist du's auch, ist die Frage. Du Bitch. cool wäre jetzt natürlich, wenn das Level so heiß und das bis dahin total episch beschissen ist und dann ist der, das ist einfach jetzt ein kleiner, das ist ein kleiner Bowser und danach ist das Ende. Das ist das, was ich jetzt call. Ich calle es jetzt einfach, Alter. Gib mir One-Ups. Warte mal, da waren vorhin Blöcke. Shit, ich hätte vorhin One-Ups farmen können. Ich hab die einfach... Nein. Ich hätte One-Ups farmen können. Ich trottel. Aber vielleicht sind hier welche. Warte mal, ich park mein Auto. So, nichts kaputt machen. So. Das ist kein One-Up. Das ist kein One-Desk. Deine Mutter. Deine verfickte Mutter. Das war sehr, sehr traurig. Weißt du noch, damals als YouTube-Level schlecht waren? Also immer. Das ist so hässlich, ne? Dann your statement zum nackten Pfeil, bitte. Na, ach komm schon. Moment. Nein, das können wir noch reden. Noch haben wir nichts verloren. So, guck. Flupt. Na? So. Vorsichtig sein. Mein... Ist es doch keine gute Idee, hier One-Ups zu farmen? Ich meine, es wäre halt einfach irgendwie verhältnismäßig, aber vielleicht nicht die beste Idee. Wo habe ich das eine One-Up überhaupt her? Ich meine, ich nehme es, aber wo ist es her? Ich habe keine Ahnung. Okay. Da war nichts. Die Fireflower war da, falls ich noch eine brauche. Das ist wichtig. So. So. Eklig und sündig. Der Wahrheit entsprechen. Vielleicht wäre es doch klüger gewesen, davor hin, das Auto mitzunehmen. Vielleicht werden wir das demnach jetzt auch versuchen. Ich weiß noch nicht, ob ich so ganz, ob ich das bereuen werde. Ich schätze mal ja, aber vielleicht ja nicht. Pass auf. Ihr Arschkampen ist weg. Die haben bestimmt One-Ups. Kann ich hier drüber? Shit. Sterbe ich instant, wenn die mich jetzt von unten berühren? EGG. Nein, nein, nein. Angst. Angst und Panik. Angst und Panik. Nee. Was ist überhaupt vorgesehen an der Stelle? Würdest du mal bitte aufhören, dagegen zu springen, du Vieh? So. Wie? Warum hat das ein Herz? Das stimmt, ich kann oben durch die Blöcke. Scheiße. Du hast vollkommen recht. Fuck. Ah. Okay. Egal. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan. So. Das wirst du nehmen. Was bitte? Hier von mir. Pass auf. Pass auf. Wir haben. Wir haben so ein Plan. Wir haben so ein Plan. Wir haben so ein Plan. Das Level ist definitiv erfüllt von entschlossen. Aber ich auch. Und Yoshi erst. Guck dir das mal an. So. Kannst du mir mal erklären, warum ich da permanent dran hängen bleibe? Konzentration. Okay. Jetzt wird es persönlich. Jetzt wird es persönlich. Einen Versuch. Langsam. Langsam. Zeit. Zeit. Wir haben die Mittel. Wir haben Feuer. Alles, was wir brauchen. Und diese Ausgebote. Warte. Nein, 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 nein. Könnte ich da One-Up-It-Farmen nehmen? Shit. Egal. Ich schlipp. Ich schlipp. Ich da hin. So. Jetzt. Die beiden blöden Arschkrammen. Aha. Aha. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nichts davon so gedacht ist. Aber... Entschuldigung. Na, ich habe nie aufgemusst. Wo ist mein Yoshi hin? Was zur Hölle? Warte mal. Das fällt mir jetzt... Wo? Ach, da. Rennen natürlich mal wieder ziellos durch die Gegend. Ha. Das ist ja mal was ganz Neues. Ah, danke, Yoshi. Jetzt rennen die zu zweit hier panisch durch die Gegend. Meine Fresse. Mach mal halblang hier. Du stirbst. Das Level muss danach jetzt allerdings... Habe ich einen Weltregel? Eine Minute 37. Da habe ich jetzt alleine schon gefühlt sechs Minuten gebraucht. Ich bin in den Kackladen. Denkst du an deinem Telefonat? So. Ist egal. Ist egal. Nichts passiert. Nichts passiert. Ist das so was von schießt? Aber das ist mir vollkommen egal. Level Ende. Level Ende und noch ein One-Up. Level Ende und noch ein One-Up. Komm. Gib's mir. Moment, 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 Moment. Wenn ich das Level enden kann, kann ich auch... Ah, bitte. Yes! Dankeschön. Weiter. Kack-Level. So. Käse ist für Kack-Level dann aber auch angebracht und gerechtfertigt, oder? Danke euch. Jump-Up Superstar. Von Miefer. Fucking Miefer. So sieht ja aber nicht aus in dem Spiel. Oh, ne, 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 ne. Ne. Nope, 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 nope. Level ist Käse. Wahre Worte gelassen. Ausgesprochen. Two Ships von Maddead247. 24-step. Okay. Okay. Wie auch immer das funktioniert hat, ich habe keine Gottverdammte Ahnung. Gibt's den Mieferkommand nicht mehr, oder ist Hansgarten tot? Ich glaub nicht, dass ich den deaktiviert hab. Oh, nein. Egal. 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 War das Ausrufezeichen Max? Ich hab keine Ahnung. Aber Max ist auch schon lange nicht mehr da. Das waren zwei Schiffe, hab ich jetzt gewonnen. Ich hab gewonnen. Das waren die zwei Schiffe. Wir haben die zwei. Okay, cool. Zufrieden. Zufrieden. Äh, ne. Danke euch. Der Command hat geklappt. Ach so. Ich hab nur Yoshis Command gesehen. Ach so. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hat geklappt. Okay, läuft. Danke euch. Danke euch. Äh, Dangerous Canyon von Philippe mit zwei L. Uh. Ach, du Scheiß. Ist das Gewitter oder ein LKW? Das war ein LKW. Okay, das war... Auf einmal fing es an zu rumpeln draußen. Das war ja komisch jetzt. Okay, pass auf. Wir machen das schneller. Wenn die hochfliegen, können wir ja direkt... Okay. Warte mal. Den Penner können wir... Fuck, ich wollte eigentlich den Chain Chomp damit umbringen. Scheiße. Ja. Okay. Möchte ich hier? Oh, Alter. Möchte ich hier nicht hin. Wo kam jetzt die Schildgründe, die die Sonne umgebracht hat? Was? Was ist passiert? Was war das denn? Was ist passiert? Wo kam die her? Auf einmal war sie da und machte was Gutes für mich. Das war schön. Können wir gerne häufiger so machen. Ach, das ist sogar so gedacht, dass ich den hole. Weil hier... Jaja, spätestens hier kommst du eh nicht weiter. Nein, nein, nein. Mistakes have been made. Ah, jetzt brauche ich den Yoshi, ne? Yes! Ha, 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 ha. Guck dir das an. Zwei Info-Worten. Finde ich immer gut, wenn der so... Wenn Kommentatoren sowas sagen zum Beispiel. Danke euch. Dann ergibt der Satz absolut keinen Sinn. Danke euch. Zehn. Nein, nein. 44. Now, nein. Ach, du Scheiße. Okay. Mich düngt, das werde ich nicht schaffen. So schon mal gar nicht. Scheiße. Ja, das war es denn wohl. Noch zehn Sekunden. Scheiße. Jo, ha, 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 ha. Vom neuen Meat Boy? Gibt es da mittlerweile vernünftiges Gameplay von? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es nicht zu kompliziert machen, Markus. Weil, danke euch, danke euch. Weil ich fand das erste Meat Boy, genauso wie es war, zu 100% richtig. Das Spiel hatte meiner Meinung nach sehr wenige, fast schon keinerlei Fehler. deswegen hoffe ich, dass die nicht zu viel dran ändern mit der Attacke zum Beispiel, die sie da haben keine Ahnung, ansonsten wenn sie der nur zwei Knöpfen geschmissen werden ich hoffe inklusive Steuerkreuz oder ist das so ein Autoscrawl-Ding das finde ich schon wieder blöd was das war einen Meter neben mir ich finde, dass wie gesagt, Super Meat Boy eins recht wenig Fehler hatte und deswegen die Rennen durchgehend finde ich lahm zwei Minuten Weltrekord das waren 30 Sekunden drei Versuche überlebe ich es noch ähm keine Ahnung gefällt mir dann nicht das ist ja dann so ähnlich wie Super Mario Run oder wie das heißt ne soll ich das Mario Kart Spiel bald raus finde ich schade weil wie gesagt, die Formel war ja okay viele Leute hatten mit der mit der Physik von Super Meat Boy fürchterliche Probleme aber also ich persönlich habe das nie verstanden und deswegen hoffe ich einfach oder habe ich eigentlich gehofft dass die da nie allzu viel dran ändern aber scheinbar sehen die Devs das anders auf der anderen Seite mal gut, auf der anderen Seite so fair und ehrlich muss man jetzt auch sein ist es natürlich dann schon auch ehrlich nö was war denn achso ne, ne, ne alles gut ähm jetzt habe ich meinen Faden verloren sorry was war jetzt gerade worüber habe ich schon gemacht ein Beat Boy achso, ja, ja, ja auf der anderen Seite äh sorry auf der anderen Seite äh darfst du es natürlich auch nicht zugleich machen weil die Leute da natürlich auch sagen okay, das Spiel habe ich schon mal durch also den das das Verlangen danach irgendwas zu ändern ist natürlich nachvollziehbar also so ehrlich und fair muss man dann ja schon auch sein also wenn jetzt das du kannst nicht nochmal das komplett selbe Spiel veröffentlichen nur mit anderen Leveln das hättest du genauso gut als DLC machen können zum Beispiel also auf der anderen Seite natürlich auch nachvollziehbar von dem Shovel Knight Spiel habe ich auch schon gehört ja ist auf mich wirkte das irgendwie wie ein Spin-Off ist das ein Spin-Off oder ist das tatsächlich das Shovel Knight Spiel äh 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 Das war knapp. Ich zähle das jetzt mal als Puzzle-Level. Auf das Mario Kart bin ich auch gespannt, Robin. Sehr sogar. Das, ähm... Dadurch, dass Handys mittlerweile oder Smartphones mittlerweile dermaßen, äh, dermaßen stark und kräftig sind, kann man sich da, denke ich, einiges von erhoffen. Entschuldigung? DLC zu Kingdom Hearts 3? Echt? Das ist ja gerade, das ist ja auch noch total frisch, oder nicht? Oder habe ich das gerade vollkommen falsch auf dem Schirm? 18 Sekunden Weltrekord, das Level kann also nie als so lang sein. Ist ja wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich dann das erste, äh, Kingdom Hearts mit DLC, oder? So frisch ist das nicht mehr. Ich weiß nicht, für mich fühlt sich Kingdom Hearts noch total neu an, aber, pfff, keine Ahnung. Leider Gottes nie eine Reihe, mit der ich, äh, groß warm geworden bin. Sag mal, jetzt reicht's aber. Komisch eigentlich, weil das, äh, eigentlich, also das Thema Disney und die ganzen Welten, die ihr da, äh, und so weiter und so fort, also normalerweise würde man denken, dass mir sowas gefällt, aber ich glaube, dass, das, äh, Kampfsystem, als ich's denn da mal irgendwann gespielt habe, das war dann doch relativ wenig für mich. Was zur Hölle? Bau mal ein Level, wofür man kein Japanisch sprechen können muss, Alter. Ich weiß, ich, ich erwarte wieder viel von dir, aber. Wobei, zugegeben, nochmal, also das, das, ich glaube, das größte Problem bei Kingdom Hearts war für mich, dass diese Anfangs-Area war so, das ist für mich so ähnlich wie bei, ähm, Twilight Princess, das ist die Anfangs-Area und dieses, äh, ja, im Prinzip Tutorial, viel zu sehr in die Länge gezogen sind für mich persönlich. Und, äh, das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich hab's sogar irgendwann mal, weil ich hatte, ich besaß aus irgendeinem Grund Kingdom Hearts 2, bevor ich Kingdom Hearts 1 besessen habe. Ähm, das war in Kingdom Hearts 2 für mich sogar noch viel, viel extremer. Das war... Das war's. Ja, danke. Das war für mich schon ein bisschen zu viel, des Guten. Was schade ist, ich find's immer, ach, ich hab schon drei One-Ups. Ich find's immer total schade, wenn so ein, wenn ein Spiel durch sowas komplett runtergezogen wurde. Das ist auch der Grund, aus dem ich nie The Witcher gespielt habe, oder The Witcher 3 gespielt habe, weil diese, das Anfangs-Ding ist für mich so lahm. Ähm. Äh, ach, ihr Bitteschön. Sieben ewig lang Tage Tutorial. Die Welten sind riesig. Ich glaube, dass die Welten von Kingdom Hearts 3 mich nicht so sehr interessieren. Das ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil ich glaube, dass die meisten davon irgendwelche Pixar-Filme waren, und da hab ich nicht so den Bezug, so wie zu... Weil, gut, allein aufgrund des Alters natürlich, zu den alten... Äh, nee, kein Speedrun. Ähm, zu den alten Disney-Zeichentrick-Filmen, da hab ich natürlich viel mehr Bezug zu. Deswegen ist dadurch Kingdom Hearts 3 für mich immer schon ein bisschen uninteressanter gewesen, als die alten Teile. Auf der anderen Seite wär's natürlich cool gewesen, so ein bisschen Nostalgie zu haben, und, äh, für die Kingdom Hearts-Reihe da jetzt natürlich wahrscheinlich auch sehr viel mehr... Also, hätt ich dann wahrscheinlich auch mehr Interesse gehabt an dem neuen Teil. Aber keine Ahnung. Manche Sachen sollen halt nicht sein. So ist das Leben. Vielleicht kommt's ja irgendwann noch, wer weiß. Shit. Toll, danke. Danke fürs Power-Up. Sehr gespannt aufs DLC. Kann ich mir vorstellen, gerade für Fans der Reihe. Wenn du das erste... Das erste... Weißt du, was ist die Welt im DLC? Irgendwas Cooles? Ich hoffe. Danke. Master Crushers. Hi, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Okay. Hey. Blümens habe ich 10. Nee, Quatsch. 50. Scheiß. Ja, gut. Mathematik ist ja eh. So eine Sache. Kairi's Herz-Torin. Ich hab keine Ahnung, wer Kairi ist. Das klingt wie irgendein Final Fantasy-Charakter. Oh, Alter. Du Schweinesack. Das war gemein. Ich hoffe, das weißt du. Ich hoffe, du kannst deswegen heute Abend ein kleines bisschen schlechter schlafen, aber wahrscheinlich nicht. Alter. Fuck, nein. Vorsicht, 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 Vorsicht. Langsam. Intentione. Zeit. Alle Zeit der Welt. Das sieht mir stark nach Power-Ups aus, wenn ich eigentlich nach links muss oder auch nicht. Sind links dann... Boah, Scheiße. Bitte gib mir ein Power-Up. ...attentione. Muss ich nach links oder nach rechts? Hier einfach mal hier. Level Ende. Level Ende. Richtige Antwort. Nein, nein, nein. Lass mich raus. Und noch ein paar Münzen einsammeln. Yes. Flupt. Shit. Wenn ich das... Boah, wenn ich das One-Up hinkriege, dann sind wir wieder bei 13 Leben, Alter. Mmm. Sehr gut. Ich kenne nur Fußmatten, das reicht. Was? Danke euch. Ähm. Na, nee. Also ein Stern wäre... Ein Herz wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ist gut, oder? Natürlich auch kein Boo, aber ein Herz wäre auch... Ich glaube, das wäre ein bisschen... Ich glaube, das wäre ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Danke euch. Danke euch. Bleibge keine Power-Ups. Oh, ja. Ach, guck mal. Wir haben es trotzdem überstanden. Ach, wegen Mathe. Ich dachte jetzt, das kam aus dem Spiel, Alter. Nee, sie. Danke für die 50, bitte. Hab Dank. Hart von Trillio. Okay. Ja, manchmal... Manchmal braucht man auch keine Trollblöcke, um dämlich zu sterben. Also das kriege ich manchmal auch ohnehin zugegebenermaßen. Coole Frise, Alter. Cooler Bart. Den mag ich. Deine Augen brennen? Wovon? Was hast du gemacht? Oh, so gemein, ne? Shit. Okay. Stehen bleiben auf der Penisspitze, wenn du das sagst, Spiel. Wollen wir dir mal glauben. Hat funktioniert. Das war knapp, als es sein sollte. Uh, ja. Also, das Spiel. Nee, das heißt... Wie wird das ausgesprochen? Das wird irgendwie ganz komisch ausgesprochen. Witcher oder so? Schlechte Idee, ne? Ha, 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 ha. Von wegen. Ha, Pock, Alter. So ein Arschloch, ne? So ein Arschloch. Okay. Reicht das schon? Reicht das? Das reicht nicht, ne? Doch. Yes! Ha, ha, guck dir das an. So schlimm ist Mario-Maker auch nicht. Genau, ja, daran liegt das Augenbrennen. Kann ich verstehen. Danke euch. Kann ich, kann ich definitiv nachvollziehen, ja. Da... Leide ich natürlich nur unregelmäßig runter. Heute habe ich tatsächlich sogar sehr, 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 sehr müde Augen. Also, passt. Zwei Menschen unabhängig voneinander komische müde Augen an einem Tag. Das stimmt auch irgendwann nicht. Okay. Level Ende. Das war ein Versehen, aber ich habe es dann irgendwie noch versucht rumzukommen. Scheiße. Oh Gott, hier schmieren sie sich gegenseitig Honig ums Maul. Ich werde bekloppt. Nehmt euch doch ein Zimmer. Oh Gott, ja Samu, du bist natürlich fürchterlich, äh, also wirklich, also, also, Schmerzen. Schmerzen. Jedes Mal, wenn ich Samu sehe, tut alles weh. Ist du nicht langsam ein bisschen zu alt für deine Emo-Phase? Ich will dir ja nix vorschreiben. Ähm... Oh nein. Oh nein. Samu rebelliert. Yes. Hashtag Wut Samu. Hashtag Samu-Rage. Hashtag. Äh. Knoblauch. Samu-Knoblauch-Statement. Ich kann mir vorstellen, dass Knoblauch sowas ist, was Samu nicht gerne isst. Ich weiß nicht, genau. Wenn ich jetzt sage, es passt in das Bild, dass ich von Samu hab, klingt das komisch, ne? Oh. Hahaha. 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 Aber wenn du rebellierst, darfst du dich nicht beschweren, wenn ich mir noch. Hahaha. Hahaha. Bitte Ende. Bitte Ende einfach. Ohne Scheiß. Bitte Ende einfach. Bitte Ende einfach. Oh, da ist Ende. Okay. Ho. Das Ende, ne? Oh, Alter. Das war ein halber bis dreiviertel Herzinfarkt. Wow. Wow. Welch beeindruckender Raum. Ach ja, stimmt. Ich hab nur einen Schlüssel. In der Tat. Ich hab's. Hab ich das Level schon geboot oder muss ich das noch machen? Hahaha. Die Bilder sind rote Augen. Ist das so? Hashtag. Habe ich das gesagt? Das stimmt doch gar nicht. Danke euch. Wir gucken. Ähm. Das kriegt einen toll. Ja. Wir gucken noch ein Level. Wir gucken jetzt das Top Level aus der schweren, vielleicht sehr schweren. Mal gucken. Top Liste der Woche an. Mal gucken. Ich weiß gar nicht. Da hab ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Danke euch. Ich hab die... Ich hab mir vorgenommen, die Wochenliste nur noch einmal in der Woche mehr anzugucken. Mal gucken, ob ich... Mal gucken, wie schnell ich das bereue. Okay. Aber wir haben ja coole Red Level. Koopaling Desert. Ja, Koopalings. You bounce off them. It's fun. I promise. Klar. Nehmen wir... Oh, 1,3%. Das ist wahrscheinlich jetzt eine schlechte Idee. Wir nehmen das. Mal gucken, was passiert. Sussdor. Erzählen. Sussdor. Ich kenne nur Suss als Vereinsbezeichnung. Aber das weißt du ja sicherlich. Apropos Vereinsbezeichnung. Spielt nicht gleich irgendwer Fußball? Cool. Mit 1 Tonnen schweren Herzen? Da sind wir alle tot. Morgen im Bild. Ist Ray eigentlich Mörder? Okay. Ich muss aufpassen, dass... War das nicht früher so, dass die, ähm... Bounzenden Koopa Troopers außerhalb der... Außerhalb ihrer lustigen... Ähm... Shell... Cool. Dass die früher... Katzengeräusche gemacht haben? Oder bilde ich mir das ein? Brrr. Okay. Du musst dem Typ vertrauen. Dann funktioniert es. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Ah, Herzen bringen keinen rum. Okay. Ja, ich weiß. Ich kenne das Herzen-Law ja nicht so ganz auswendig. Ich bin ja kein Glücks... Ja, doch. Ich bin Glücksbär. Ich habe sogar eine Glücksbärche Auswahl. Ja. Da besteht Fraukenau drauf. Ah, den also auf die andere Seite. Okay. Mhm. Ja, cooles Level. Ja, die Top-Listen werden... Ich habe die... Ich habe die eine Zeit lang zu sehr vernachlässigt. Also... Es gibt bei den meisten schon einen Grund, aus dem die Level in den Top-Listen sind. Und die werden wir uns auch weiterhin... ...wie die letzten... ...wochen ja schon auch weiterhin natürlich vermehrt ankommt. So der Plan... Nein! Ah, shit. Mein Taxi kam nicht. Stimmt, im Vergleich zu Mario Maker 1 Top-Listen ist das vor allem sehr, sehr überragend. Ah, überlege ich mir noch, überlege ich mir noch. Am Ende war das auch nur noch Bullshit. Auf der anderen Seite, was in Mario Maker 1? War nicht Bullshit. Fabrizio, denke dir für die 50, bitte. Cool. Ohne Scheiß. Falls irgendwer ein bisschen Dump-Consistency üben möchte, das Level kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr edel. Sehr, sehr spaßig. Da kann man nicht allzu viel verkehrt machen. Nein! Nein, nein, nein! Dafür werde ich mir jetzt zwei Abende Scheiße fühlen. Dafür werde ich mir jetzt zwei Abende Scheiße fühlen. Ohne Scheiße. Sorgt mal dafür, dass man Buß wegmachen kann, Alter. Ja. Jetzt steht das auch noch da die ganze Zeit mit dem gebrochenen Herzen, Alter. Was ist denn für ein Scheiß? Mighty Meier? Es tut mir leid, aber gut, auf der anderen Seite. Selavie. Er wird es nicht merken. Ich werde aber dafür noch Schmerzen haben. Schön, dass das Hero alleine zwei verschiedene Buu-Emotes sind. Das sagt viel über dich aus. Hahaha. Wer ist denn der zweite? Puh? Ah ja, tatsächlich. Puh Bad Level. Ah ja. So kann man es sagen. So kann man es sagen. Das war kein Controller-Fehler, das war jetzt einfach nur, das war Muskelgedächtnis aus dem Buun vorhin, aus dem anderen Kram. Das war schon mein Fehler jetzt. Jetzt habe ich verpennt und verkackt. Ja, das Buunen wegmachen ist eine Sache, die meiner Meinung nach fehlt. Ach, das ist ein anderer Raum. Hä? Cool. Aber stimmt, das ist eine gute Frage. Warum kann man das nicht wegmachen? Wahrscheinlich gibt es dafür wieder irgendeinen technischen Grund. Es ist häufig so, dass Nintendo irgendwas macht und die Leute dann sagen, es ist halt Nintendo, ist wieder doof. Aber in aller Regel ist es, also meiner Erfahrung nach ist es in aller Regel so, dass Nintendo da schon irgendeinen Grund zu hat. Keine Ahnung. Irgendeinen Sinn wird da schon hinter stecken, würde ich schätzen. Auch wenn er nicht direkt auf der Hand liegt. Ist Nintendo, mäh. Ja. Das haben die Leute damals auch gesagt, als Nintendo Another Metroid 2 Remake runtergenommen hat oder was weiß ich was alles. Drei Wochen später hat alles auf einmal seinen Sinn ergeben. Die werden schon einen Grund dafür haben. Keine Ahnung. Ich würde es zumindest vermuten. Was weiß ich. Ich glaube sowieso. Ich bin normalerweise auch eher... Also zugegebenermaßen auch jemand, der bei sowas dann denkt, dass das... Ich tue mich schwer damit, zu glauben, dass sie das aus Boshaftigkeit tun. Ich wüsste nicht, was die Motivation dahinter wäre. Aber vielleicht bin ich auch naiv. Oder alternativ auch einfach Möp Möp Möp. Aber ich kann das natürlich tun. Das ist ja deutlich einfacher als das, was ich vorher vorhatte. Zugegebenermaßen. Äh... Oh, es macht Spaß. Na, es ist ja dein gutes Recht hier. Ich bin gerade beim Dark Knight Reises Level. Du baust einen Level mit 6 Stunden Arbeit. Und Yvonne Jumps Level mit 5 Sprüngen. Bekommen in 2 Tagen 50 Sterne. Haben die alle Persil im Kaffee? Oder was? Persil im Kaffee? 100 Bonus 10. Tja, tja. Es ist und bleibt, auch wenn es mittlerweile Mario Maker 2 ist. Letztlich ist und bleibt es leider Gottes immer noch Mario Maker. Das müssen wir hinnehmen. So ist das Leben. Ne, ne, danke. Äh, danke für die 100 Bits Easy. Und natürlich weiter. Wir werden natürlich trotzdem fleißig Herzchen geben. 50 Deinen gehen natürlich jetzt auch nicht unbedingt weiter. Aber vielleicht ein bisschen. Äh... Was? Wie... Was? Wie... Soll ich da durchkommen, ohne meinen Schuh zu verlieren? Ohne meinen Schuh zu verlieren? Sofort vergeben wir nur noch gebrochene Herzen. Aus Protest. Wie... Was? Das ist jetzt mein neues Gimmick. Geduld. Geduld und Gemach. Das brauchen wir jetzt. Woher kommt Möp Möp? Äh, ich glaube das war mal ein Geräusch mit dem ich nörgelnde YouTube-Kommentare quasi nachgemacht haben. Wenn mich nicht alles durch Eigentlich war das ursprünglich gar nicht als Mörb Mörb gedacht, aber das ist dann das, was Daraus geworden ist Dann hat es plötzlich Fahrt aufgenommen Und alles war anders Das sah, bevor ich es versucht habe, deutlich schwerer aus Oh shit, nein Cooles Level Easy, dann gibt es die 10 Birdies Auch wenn die Level für mich zu einfach sind, wieso? Meinst du jetzt im Vergleich zu dem Kaizo Consistency Kram Ich meine, es wäre schon auch irgendwie öde Nur solche Level zu spielen Ich bin froh, wenn ich auch andere Level spiele Das ist schon gut so Du hast deinen eigenen Stil Und den sollst du auch behalten Finde ich Man natürlich, was du willst, aber Wenn dich Kaizo reizt, versuch sowas halt mal Zu bauen Das war ja cool Ey Ne Das soll jetzt kein GG sein Ich habe leider Da, das muss ich jetzt sagen Das ist doch kein GG Das ist, das ist, ne Ne, 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 ne Ich lasse viel als GG und im Prinzip Kunst durchgehen Aber das, also ne Auf keinen Fall Mic Drop, Controller Drop Ich lasse viel als GG Das ist ja viel als GG